FH Open Up Special Summer Day, das Sommerfest der Fachhochschule Kärnten. Diese internationalen Studenten kommen über den roten Teppich, gerade rechtzeitig zur Silbertrophy. Wir haben hier Dagen aus Äthiopien, Swarup aus Indien, Noe aus Mexiko, Iksan aus Indonesien und Daphne aus Maläsien. Apakabar! Die Silbertrophy ist ein Staffelwettbewerb der anderen Art. Die Silbertrophy ist ein Lauf- und Geschicklichkeitsbewerb. Der Laufbewerb geht ca. zwei Kilometer Richtung Silbersee hinaus und kommt gleich wieder zu unserem Areal von der Fachhochschule herein. Und bevor man in das Ziel läuft, muss man noch einen Geschicklichkeitsbewerb absolvieren. Das ist ein Potscherkugelwerfen. Drei Kugeln hat man drei Möglichkeiten in einen Eimer zu werfen, ca. zehn Meter weg. Und wenn man eine der drei Kugeln reinwirft, kann man gleich ins Ziel. Ansonsten muss man noch eine kleine Strafrunde laufen und dann erst den Chip übergeben. Vier Läufer und dann der letzte wird gewertet. Unser Team Internet gibt alles und schlägt sich gut. Hallo, wir sind hier mit dem Internet-Team. Die Silbertrophy-Race ist vorbei und wir werden sehen, wie es war. Hallo, ich bin Swarup wieder. Die Race war gut und die Landschaft war nicht einfach, aber ich habe es in zehn Minuten geschafft. Ich bin so enthustig. Ich bin so enthustig, aber ich habe es wirklich Spaß. Ja, ich bin so enthustig, aber ich bin wirklich enthustig. Es war eine sehr lange Race für mich, aber wir haben gewonnen. Nach der Silbertrophy steht Relaxen beim Summer-Picknick am Programm. Die Studenten genießen den chilligsten Tag des Sommers mit Picknick-Decke und Musik. Endlich mal ist es auch mal Zeit, dass wir mal ein bisschen relaxen können, weil jetzt haben wir eh so viel Stress gehabt mit den Prüfungen. Deswegen trifft sich das heute echt optimal. Wir sind jetzt mit meinen Kumpels hergefahren aus Klagenfurt und heute lassen wir es ein bisschen krachen. Wir haben gesagt, wir kommen dieses Jahr wieder auf, aber letztes Jahr war es wirklich super. Und dann habe ich gedacht, wir kommen wieder auf. Und es gibt natürlich auch tolle Aktionen für die Studenten, wie das Gratis-Eyes, was wir gerade vorher gegessen haben und das Gratis-Decking, auf dem wir gerade sitzen. FH, FH. Es ist ein super Tag heute, weil wir hier zusammen sitzen können und eine schöne Atmosphäre und chillen, einfach nur chillen. Es passt vor allem bei dem vielen Stress, den wir die letzten Wochen hatten. Unsere International Students versuchen sich inzwischen im Slacklinen und mit vereinten Kräften funktioniert es dann auch. Dann kommt es zur Siegerehrung der Silbertrophäe. Der Geschäftsführer der FH Kärnten erreicht den dritten Platz. Naja, die ganze Bewegung, die ganze Dynamik, die mit den jungen Leuten da ist, der Lauf heute, der Sommerempfang, jetzt dann das Konzert und die ganze Session eigentlich für einen alten Mann wie für mich ist das natürlich auch toll. Man wird wieder ein paar Jahre jünger. Medaillen gibt es auch für die FH Kids. Magdalenas großes Ziel ist schon jetzt ein Job in der FH. Also meine Mama arbeitet da auch und ich würde sie gerne übernehmen, ihren Job übernehmen. Der Special Summer Day der FH macht sichtlich Spaß. Nicht nur unseren International Students. Das ist ganz wichtig mit den Studierenden auch einmal außerhalb der Hörsaalatmosphäre, außerhalb des Unterrichts natürlich auch einmal ein Fest zu feiern. Und das schweißt auch zusammen und da lernt man sich besser kennen. Doch die richtige Party beginnt erst. Dancefloor Sounds sorgen für Partystimmung und Dancefeeling pur. Und das bis in die Morgenstunden. Hallo wieder. Hallo wieder. Wir sind hier in der After Party des Zyldo Trophys. 3 a.m. Nein, nein, nein. Es ist 4 a.m. Oh, okay. Sorry. 4 a.m. Und wir sind hier wieder mit dem Internet-Team. Wie war die Party? Es war toll, Mann. Ich liebe diesen Ort. Okay. Ja, ich mag es auch. Ich werde mich vermissen. Okay, danke für uns. Vielen Dank für uns. Das war die Zyldo Trophy-Race und die After Party. See ya, Mann.